Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal wieder 3 Star Wars Force Attack Booster aufmachen. Und wir fangen gleich mit Booster Nr. 1 an. Tja, hatte ich jetzt oder hatte ich nicht? Nein, hatte ich nicht. So. Jo, jetzt liegt es richtig. Fangen wir an mit 62, Assan Fenteris. Dann 59, Count Dooku. 74, Kommando Droide. Card Nr. 121, ein Puzzleteil. Und wir haben eine Star Carter 138 Shark Tee. So, machen wir Booster Nr. 2 auf. So, Card Nr. 26. Wie heißt er? Finis Valorum oder so ähnlich. Ja, ich kann nicht alle Namen perfekt aussprechen. Gut, müsst damit leben. So, Card Nr. 111, Ima Gundi. Dann Card Nr. 93, Der... was? Der Roden oder Deveren oder ja, wie auch immer. So, den Card Nr. 84, Priwitzler. Und wir haben eine Star-Karte 140, Pongrel. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das weiß ich. Cool. So, machen wir. Booster Nr. 3. Das Roden und Letzte für heute auf. So, 62, Asan Fenteris. Dann geht es weiter mit Card Nr. 59, Kaundoru. Den hatten wir, glaube ich, schon im ersten Pack. Dann geht es weiter mit 101. Bastrandorianischer Gleiter. Dann haben wir Card Nr. 127. Ein Puzzleteil. Und wir haben eine Star-Karte. 138, Chakti. Ja, und wie ihr seht, doppelt. Aber naja, gut. Macht ja nichts. So, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.